ARD Text im Auftrag von Funk 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 so wie sieht es aus wenn man nicht 200 theoretisch müsste schon dicht sein so keine ramp ist noch nicht dicht ein gas ok schnell da rein kann erstmal nur ein gas nehmen ich fahr wieder raus und fahr nach haus theoretisch genug gesehen man muss ein bisschen aufpassen das können dann gleich der erste repo kommen wenn er mich jetzt rächen will mein anfangs naja generve so die soll am botch tower da war ich schon mal auf kubel 2 gelegt wir spielen mal Reaper heute naja Reaper Broaches weil ich denke mal es kommt Mec oder so So, da sind wir eigentlich schon mal für den einen Reaper safe. Wenn ich noch mehr Reaper komme. Den habe ich eigentlich gesehen am Watchtower, den habe ich gar nicht gesehen, ne? Oh, also nicht drauf geachtet. Ja, kann doch von mir aus mit ein überprobieren. Ich baue mal zwei Roaches. Er fährt zum Watchtower. So, wir bauen noch ein paar mehr Roaches. Wir nehmen mal den Roach-Biet dazu. Und drohen weiter hoch. Und ich habe eine Katze im Bildschirm, das ist sehr gut. Theoretisch müsste ich gleich die dritte nehmen. Das war okay, jetzt mal auf Echo, was soll's. Ich kann halt hier immer wieder reinscouten, das nervt mich. So, wir brauchen mehr mit der Alien. Nicht genug energie. Wir brauchen mehr mit der Alien. So, wir brauchen mehr mit der Alien. Wir brauchen mehr mit der Alien. Nicht genug Minerals, da kommt noch was. Das sind Marines. 0-0-0-Marines, okay. So, ich habe gleich 1-0 durch. Ich habe Speed durch. Mehr Overlords noch. Wir brauchen mehr Overlords. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Der Overlord müsste noch entkommen. Ja, jetzt kommen auch noch Vikings. Naja, klar. Terraner halt. Gegen alles. Easy in Antwort. Guck mal, bestimmt Props. Warum will er jetzt sonst den Luftraum clean? Das hat schon eine Bewandtnis. Das heißt, euch steuern wir da hin, euch steuern wir hier hin. Und dann ist mal alles schick. Wir nehmen mal Overlords-Bee dazu, dass wir gleich reinscouten können. Und natürlich brauchen wir noch mehr Vision. Ich weiß nicht, ob er jetzt mehr verloren hat als ich, oder? Zwei Drohnen oder soll ich verloren, das war's, ne? Ja, der ist natürlich zu spät fertig geworden. Das wäre es gewesen, wenn der jetzt fertig geworden wäre. Vorher schon. Äh, die Queen steht hier unten. Dann kann die Bill hier hoch. So, dann Upgrades nehmen wir mal 2 zu 2 gleich. Nehmen die nächste Base, die vierte. So, stellen hier noch ein paar Heidwas mit dran. Decken mal hoch. Da kommt ein Reaper. Da kommt die Armee. Gut zu wissen. Ey, dass das gar nicht so viel ist, ne? Sieht recht okay aus. Wir sind erschöpft. Wir brauchen mehr Resfiegas. Wir brauchen mehr Resfiegas. Wir brauchen mehr Resfiegas. Mutation abgeschlossen. Wir brauchen mehr Resfiegas. Wir brauchen mehr Resfiegas. Wir brauchen mehr Resfiegas. Mineralienfeld erschöpft. gehe ich muss zurück ich habe keine spinger mehr mit dem akku 100 dritter hat weil er kommt ganz schön viele mensch vielleicht noch bei mir dazunehmen so jetzt haben wir ein bisschen mehr gas so da wollte es noch mal wissen jetzt nehmen wir noch die berstlinge dazu und wir brauchen eigentlich noch viel mehr für uns jetzt zu wenig für uns weil das bisschen wird nicht reichen was ich jetzt habe kann er nach besser nachbauen wir brauchen mehr overlord wir brauchen mehr overlord wir brauchen mehr linke ich wollte doch eigentlich wollte ich doch das bauen so jetzt auch noch zu viel gas ja gut wir brauchen mehr mineralien unsere schmierbrauchte werden angegriffen wir brauchen mehr overlord das ist verdammt viel was er hat wir brauchen mehr mineralien viel zu viel man 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 gibt es ja nicht jetzt habe ich verloren ganz klar einfach drüber mal rein wir brauchen mehr wir brauchen mehr mineralien da kommen nämlich gleich hier das ist wahnsinn dass der wenn man nachdrücken kann das ist so brutal der gg der rana alter ich mag keine ahnung wer hat der armee war mal gleich ich habe halt mehr verloren aber rater ressourcen war er ein bisschen besser da waren wir gleich super upgrades waren wir gleich und trotzdem verlor ich würde sagen wir sehen sie endgarten bis dahin tschüss europa wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen